Der 8. Mai gilt als der Tag der Befreiung und ist in einigen europäischen Ländern Feiertag. Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Der Tag gilt als das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Auch bei uns in Frankfurt-Oder wird dem Tag mit einer Kundgebung gedacht. Die Veranstalter fordern einen reflektierten Gedenktag im Blick auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Die Aktivistin Sascha aus dem Orga-Team der Kundgebung sagte, Wir treffen uns um 18 Uhr am Rathausplatz. Einige von Standpunkt unserer Route sind der Gedenkstein der Synagoge und die Friedensglocke. Und unsere Route endet dann am sowjetischen Ehrenmal. Zwischendurch werden Redebeiträge gehalten, unter anderem Professorinnen der Viadrina und den aktiven Mitglieder der Zivilgesellschaft. Der 8. Mai ist einer der wichtigsten Daten wahrscheinlich unserer Geschichte. Es bedeutet Ende des Nationalsozialismus in Deutschland, des schrecklichen Verbrechens, welches es auch mit sich brachte. Dieser Tag hat aber nicht nur seine historische Seite, die ich bereits erwähnt habe, sondern auch die politische, die eng mit unserem Gegenwart zu tun hat. Heute in Deutschland befinden wir uns in einem Zwischenspalt. Also einerseits die Teile der deutschen Gesellschaft, die einen sogenannten Schlussstrich hinter Deutschlands in der Vergangenheit ziehen wollen. Aber auch andererseits diejenigen, die nicht ohne Einfluss von russländischen Medien, die ehemalige Sowjetunion, darüber hinaus auch das heutige Russland und seine Politik befürworten und romantisieren. Mit dieser Veranstaltung wollen wir uns sowohl von dem Ersten als auch von dem Zweiten abgrenzen. Am Sonntagabend informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Autofahrer, der am Goldhorn in Schlanglinien unterwegs war und geradewegs auf die A12 in Richtung Berlin fuhr. Am Parkplatz Biegener Hellen Nord war die Fahrt dann beendet. Der Mann hielt dort an und legte sich bei laufendem Motor zu einem Schläfchen nieder. Dank der Hilfe des Zeugen konnte ein Streifenwagenbesatzung den Wagen ausmachen. Tatsächlich hat der 40-Jährige einen Atemalkoholwert von drei Promille aufgewiesen. Er hielt eine Anzeige. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen, der möglicherweise Schlimmeres verhindert hat. Diesen Donnerstag bleiben die Dienststellen der Familienkasse Brandenburg auch in Frankfurt oder aus betriebsinternen Gründen geschlossen. Bereits vereinbarte Termine behalten allerdings ihre Gültigkeit. Die kostenlosen Service-Rufnummern sind weiterhin erreichbar, wie die Arbeitsagentur jetzt mitgeteilt hat. Alle aktuellen Informationen rund um Kindergeld sowie zum Kinderzuschlag können rund um die Uhr unter familienkasse.de abgerufen werden. Das waren sie, die aktuellen Meldungen. Die Untertitelung des ZDF, 2020